So, wir sind jetzt auf dem Weg nach Selka. Das ist der nächste Ort, wo wir unser Nachtrevier dann noch aufschlagen wollen. Circa sechs Kilometer müssen wir noch gehen. Die Hälfte haben wir. Dort oben war eine Hütte. Dort haben wir ein kurzes Päuschen gemacht, Regenjacke wieder angezogen, weil es doch etwas nieselt und das Wetter nicht so schön ist. Jetzt geht es talabwärts. Wir haben wohl den höchsten Punkt an dem Pass hier überschritten und jetzt dürfte es etwas leichter werden vom Gehen her und dann schauen wir mal, wo wir da gleich hinkommen.